Hallöchen Freunde und Willkommen zurück bei Plants vs. Zombies 2 Oh, in der letzten Part, Alter, war es ein ganz ekelhafter Level Okay, jetzt wird es noch ekelhafter, weil wir müssen 20 Zombies erledigen Los geht's Wir müssen darauf jetzt hier konzentrieren Und dann wird es noch ein bisschen wieder mal die lästigen möwen hier oh nein jetzt kommt noch mit der kanone oh nein da ist auch noch ein pappagei okay wir haben den auftrag jetzt schon abgeschlossen so Okay, jetzt kommt die letzte Bälle. Jetzt wird es am meisten fies. Aber wir haben das darauf jetzt auch geschafft. Nice, nice. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt noch ein Level schaffen, damit wir den nächsten Pflanzen freischalten. Los geht's. Okay. Uh-huh. Shit. Jetzt wird's bisschen fies. Jetzt wird's. Okay. 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 Jetzt wird's auch mal schlimmes passiert, wie bei der Blume. Bei der. Bei dem Auftrag hier, nicht den Blumen zu zertrampeln, das war fies genug. Okay. 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 Oh, okay. 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 Oh, okay. Okay. Oh, jetzt wird's fies, jetzt wird's fies, jetzt wird's fies. Wir kriegen hier zwei Dünger, aber es sind aber viele Zombies. Komm, wir frieren erstmal ein. Wir sind zwar mit dem Venus geschützt, aber wenn zu viele Zombies kommen, wird es fies. So, ich hab's nochmal einfrieren lassen. So, ich hab's nochmal einfrieren. Du kannst mich nicht daraus durchgehen, Wicht. Jawoll, sehr gut. Und wir kriegen eine nächste Pflanze. Ein Stachelstein. Und wieder der nächste Pinata. Okay, Tripplinator. Stachelstein. Immer noch kein Drachenmäuschen. Also keine Erfahrung für Drachenmäuschen. Nein! Warum? Warum? Warum ausgerechnet das? Ich glaub, die wollen wirklich auf die harte Tour. Die wollen für mich wirklich als die harte Tour nehmen. Jetzt wird es wieder mal ekelhaft. Zeit. Ach, kommt schon. Weil langsame Schnauze voll. Weil die hier ganze Zeit nur hier kein Risiko eingeben. Ich wär lieber Risiko. Ich bin ein Lieber. Ich bin ein Lieber. Ich bin ein Lieber. Warte mal. Ne, ich glaube nicht, dass wir geschafft haben. Ich glaube nicht, dass wir nicht geschafft haben. Wir haben zwar die Blumen geschafft, aber wir haben nicht genug Sonnen. Oh, nein. Och, nö. Ey, die wollen mich wirklich richtig, richtig fertig machen. Das wird jetzt schon wieder nicht mehr so einfach. Das wird jetzt nicht mehr so einfach sein. Das wird jetzt nicht mehr so einfach sein. Wieder ein Satzling. Ja, jetzt wird es fies. Jetzt wird es fies. Na super, jetzt kommt noch so eine Superwelle. Das ist jetzt nicht deine Ernst. Ich werde kurz mal den Part beenden und da sehen wir uns bald wieder in Plants vs. Zombies 2. Also bis bald, meine Freunde.